Willkommen zum Finale von Feine Sahne Quizfilet. Die jeweils jeden Tag Brenntour kommt am 12. Dezember nach Köln. Doch wer kennt die Stadt am besten? Max oder Hauke? Ja, gewinnen. Ich kann zumindest noch gleich ziehen. Wenn ich jetzt eine perfekte Runde hinlege, drei Punkte hole, dann kann ich mit Kai gleich aufziehen. Aber ich glaube, das wird sehr unwahrscheinlich. Ich werde trotzdem alles geben und für dich geht es ja auch noch um was. Ja, ich glaube auch, das wäre sehr unwahrscheinlich. Jetzt habe ich dieses Kemper raus, wollte ich nicht so sagen. Legen wir los. Frage 1. Welcher der folgenden Titel ist kein Kölscher Karnevalssong? A. Zu lang mehr noch am Lärvesinn. B. Kleines Nähflock. C. Schöckelpad. D. Stänefleer. Ich weiß es nicht, ich wollte einfach schneller sein als Hauke. Ich sage B mit der Schneeflock, das hört sich nicht so nach. Ah, hätte ich auch gesagt. Na ja, gucken. Alles andere. Oh Gott! Da kommt jetzt wieder eine Frage von vor zehn Jahren und dann... Frage 2. Wo wurde Monschi nach dem ersten Konzert im Kölner Gebäude 9 morgens im Winter aufgefunden? Vor dem Laden, vor dem Gebäude, mit einer Decke, liegen, liegen, mit einer Decke und einem Stock. Warum denn der Stock haben wir ihn gefragt, als wir ihn da gefunden haben? Und dann meinte er, weil er sich ja gegen die Hunde verteidigen wollte, die ja nachts hätten kommen können. Frage 3. Welche besondere Figur findet man am Kölner Rathausturm? A. Ein Affe mit einem Bierkrug. B. Ein Mann, der sich selbst einen bläst. C. Eine Figur mit dem Gesicht von Julius Cäsar. D. Eine Aphrodite... Ich sag, das ist C. Da geht doch was! Letztlich Glückwunsch. Ja, genau mit zwei Scheißfragen. Drei Scheißfragen. Ich sag B, es ist ein Mann, der sich einen bläst. Ja, boah! Scheiße! Hauke sichert sich gemeinsam mit Olaf das T-Rex-Kostüm. Max kann mit acht Punkten gleichziehen. Es kommt zum Stechen. Ich bin mir noch nicht sicher, welchen Song ich nehme. Ich schwanke aktuell zwischen drei Songs. Ich bin unsicher zwischen vier Songs. Aha, Mensch. Gucken. Stichfrage. Schätzfrage. Wie viele Tracks wurden insgesamt auf allen Studio-Alben von Feine Sahne Fischfilet bisher veröffentlicht? 3, 2, 1. Damit geht der Sieg an Kai. Wir werden auf unserer Winter-Tour 2023, Dezember, an zehn Abenden, spielen. Weiß der Geier oder weiß er nicht von Wolfgang Petri! Schöne geht es? Ja, wir können auf der Außerdem-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour.